hallo und herzlich willkommen zu dredge ich wünsche dir bei der folge von heute viel spaß diesmal wurde uns eine sekunde oder eine minute ja eine minute geklaut vom schlaf normalerweise machen wir immer 6 uhr auf jetzt ist es 5 uhr 59 aber wir nehmen es mal nicht so krumm wir haben beim letzten mal den verrotteten aal abgegeben genau was wir noch machen wollten wir haben ja da unsere krabbenräuse dass wir hier so ein taschenkrebs ich nehme mal einen mit dass wir so ein taschenkrebs hinten zu dem felsen bringen das machen wir jetzt auch noch mal und dann müssen wir mal gucken dass wir diese krabbenräuse irgendwo anders hinlegen weil ich glaube diesen diese krabbe die wir die wir da noch in den felsen reinpacken müssen haben wir bisher noch nicht gefunden und ich glaube dass die räuse für diese andere krabbenart nicht richtig liegt dass wir die irgendwie vielleicht näher an den hafen ranpacken keine sorge das video geht gleich weiter alles was ich hier für dich mache ist damit du vom alltag etwas abschalten kannst wenn dir das gefällt dann belohne mich doch mit einem daumen nach oben oder einem abo und betätige für dich die glocke damit du nichts verpasst und um hier das komplette let's play zu sehen bekommst du jetzt eine info oben in der ecke müssen ich weiß es nicht wo war denn das jetzt schon wieder gewesen dieser altar immer diese suche danach ich bin da mal gespannt was wir dann bekommen so dann legen wir den hier schon mal rein also wie das dann angeordnet wird das werden wir sehen ich vermute mal dass es dann irgendwie so sein wird ich weiß ja nicht wie diese andere krabbe aufgebaut ist die kennen wir ja noch nicht okay so jetzt können wir aber mal wir hatten ja hier noch ein paar materialien im gewässer rumliegen die können wir mal rausziehen das ist ganz schön gefährlich hier das sind nur fische hier sehe ich auch nur fische da sind fische was ist da hinten da ist etwas was golden leuchtet da ach das ist wahrscheinlich von der ein mission noch wir haben ja hier auch die mission findet das familien wappen bei den sturm klippen da hatten wir diesen einsiedler getroffen der von seinem bruder der in unfall lebt dieses familien wappen geklaut hat und das scheint das zu sein weil von der karte her könnte dieser look lokalisation auch stimmen hier ist aber allerdings da hatte uns ja der einsiedler gesagt dass da dieses seemonster ist und ich befürchte schon fast ich mach mal speed rein dass dieses seemonster genau dieses vieh ist was wir den eintag schon gesehen haben aber ich probiere das hier mal ganz schnell raus zu bekommen da kommt es schon ah ja und da hat sich unser schiff kaputt gemacht ich hoffe wir haben jetzt erst mal das moment und jetzt hier ganz schnell weg irgendwie raus hier aus dieser bucht ich weiß nicht ob das gleich wieder zurückkommt ich höre schon ich höre schon und wir sind zu langsam weil unser motor kaputt ist wir schauen uns die sachen gleich an wenn wir in sicherheit sind so einmal zum licht aber es scheint okay zu sein wir machen uns einmal licht an fahren hier zum licht hin damit wir keine panik bekommen okay jetzt können wir einmal nachschauen also hier haben wir jetzt das familien wappen ein prächtiges familien wappen geschnitzt aus dem kieferknochen eines wahls das muss für jemanden wichtig sein so dann fahren wir jetzt wieder zurück unsere mission hat sich damit dann auch geändert ich muss das familien wappen den eremiten zeigen es muss ihm gehören ja dann fahren wir jetzt wieder zurück erstmal zum zur anlegestelle lassen unser schiff reparieren weil wir sind extrem langsam wegen dem kaputten motor und dann bringen wir das familien wappen schnell weg so hier muss noch unsere krabbe gefunden werden die wir da reinpacken können oh man wir sind wirklich total langsam unterwegs so schnell zum licht wir bekommen schon wieder panikattacken oh mein gott wir sind noch total weit back naja dann wird das wohl heute mit dem da hinten ist das erst dann wird das oh gott dann wird das heute mit dem familien wappen weg bringen nichts mehr vermute ich mal das werden wir mit dieser geschwindigkeit die wir auf dem kasten haben gerade nicht schaffen so da hinten ist die anlegestelle und da bekommen wir schon panik wo ist denn die da hinten ist auch noch die krabbenräuse die sammeln wir mal kurz ein oh geh weg panik geh weg panik schnell ins licht oh ja klar da sind auch natürlich wieder felsen unterwegs so hier das hier nehmen wir uns einmal mit das sammeln wir einmal ein und das packen wir jetzt mal etwas näher hier ran so und wir fahren jetzt hier hin und bewegen uns hier heute auch nicht mehr weg so zuerst die fische verkaufen ja wir haben ja nur diese zwei krabben da dann das schiff reparieren das machten wir in der werft so einmal alles reparieren ok dann schauen wir hier noch mal nach das können wir uns wieder nicht leisten wir haben überhaupt gar keinen gewinn an diesem tag gemacht ja dann war es das eigentlich schon ne wir haben jetzt hier dieses familienwappen das lassen wir jetzt auch direkt an bord das bringen wir direkt am nächsten tag weg wir werden uns jetzt wirklich einfach nur aufs ohr hauen wir haben wirklich panik sind müde wollen schlafen und das ist nach mitternacht ja dann gehen wir schlafen das war heute die folge mit rech ich sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal